Wir Berlin macht seit inzwischen zehn Jahren Aktionstage und wir räumen die Stadt an diesen Aktionstagen auf. Wir packen es an, wir sind eine Gemeinschaft und wir zeigen mit diesem Best Practice auch, wie man es machen kann. Also ich habe von dem Clean Up gelesen und es hat mich sofort angesprochen und nachdem ich bis dato nicht so viel für die Gemeinschaft gemacht habe, habe ich gemeint, könnte ich mich doch auch mal einbringen und das macht echt Spaß. Es ist eigentlich wie meditative Arbeit.